So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge So, jetzt bin ich in Countdown gestartet, eine Premiere So, wir gehen neu auf die Map Ich bin immer noch auf eine Vorausaufnahme Ich muss ein bisschen Vorausaufnehmen Wegen Urlaub, wie ist das, Ananas, so, den Zombie müssen wir mal töten Ich wollte ein bisschen, was wollte ich denn? Ich wollte mal zurück nach Hause, mal schlafen am besten Weil hier sind ja übelst viele Monster unterwegs Ich könnte natürlich allerdings auch Level sammeln Das könnte man natürlich auch machen Oh, da sind Hexen Ach, du Scheiße, da sind ja Hexen Hexer Du bist böse, ne? Oh, du droppst geiles Zeug, soweit ich weiß Triss mich nicht Alter, was hat die gedroppt? Sehe ich das? Hilfe Slowness Ah, um Poison Hilfe Oh Instant Terrors Oh, hier geht's ja rund Äh, ich muss nach Hause Ähm, ich sterbe Ach ne, warte mal die Das Haut dich ja nur auf ein halbes Herz runter Aber gut Das ist natürlich In dieser Umgebung hier auch ein bisschen Feindselig Okay, jetzt ist es auch vorbei Alter, Hexen sind schon Keine coolen Dinger Okay, wir regenerieren aber Okay Aber wir müssen ja Level sammeln Das ist ja Mal Infekt so Das ist ein Creeper Der hebt sich überhaupt nicht ab von den Charakteren hier Boah, das war aber knapp Hilfe Ich bin ja voll der Draufgänger hier Oh, Scheiße Und da waren die Level wieder weg Das ist, wenn man zu viel will Kommt das raus Naja Muss aber wenigstens nichts mehr essen So, haben wir respawned Warte mal, da oben auf dem Hügel war das irgendwo, ne? Wie cool ich auch bleibe Im Vergleich zu Naja Wenn ich sonst so sterbe Flippe ich eigentlich voll aus Immer Also, naja Normal, ne? Ach, hier liegt ja mein Zeug Hier kommt das Ding hier hin Du gehst erstmal weg Du auch Du auch Du hast erstmal mein Zeug insammeln Hier, lass mich doch mal Ruhe Jetzt geh ich ja wirklich schlafen, ne? Naja Paar Level haben wir ja noch Haben wir noch alle Werkzeuge? Ja, haben wir auch noch Gut Gut Warte, ich Bau bald TNT Ich schwör, ey So, jetzt geh ich aber ins Bett Erstmal Und eigentlich müssen wir auch mit dem Villager was ertauschen, ne? Aber wir haben ja so wenig Zeit Quasi Warte, ich muss hier weg, ne? Ganz ehrlich Oh Ich muss hier weg So, wenn die Tür hier zu ist, dann ist die zu, Freunde, ne? Zack Okay, ähm Kommen die denn hier oben hoch? Ja, kommen sie Also das ist ja eigentlich auch Sehr nützlich, dieser Schutz, ne? Das schaffe ich erst mal E TT DD GG wollte ich noch schreiben Aber ja, verdammt Das hat nicht mehr gereicht Das hat nicht mehr gereicht Müssen wir mal ein bisschen was aussortieren hier, würde ich mal sagen Ist ja übrigens voll Scheiß Inventar Ich lass mal da Ich brauche eigentlich nur Brauche ich so viele Leinen hier Kiste ist voll Verdammt Hätte hier auch nicht mit gerechnet Dass die mal voll wird Zack Wo wir hier noch ein Zuckerrohr hin? Ah, da haben wir ja den Zuckerrohr Naja, hier kommt einer hin Und hier können wir noch einen Ich würde, ähm Den Zuckerrohr gerne mal auf den Sand stellen Weil ich habe gehört Da wächst der schneller So Zerstört zwar ein bisschen das Bild hier Aber naja Oh, das ist ein bisschen zu Nein Zack, 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 zack Lassen wir es nochmal so Können wir hier auch noch einsandeln Können wir hier auch noch wachsen So Schön Hier rein Hier zu Äh, ich wollte eine neue Kiste machen, ne? Eigentlich ja Scheiße, haben wir wenig Platz hier Meine Güte Ähm Tippt, tippt, tippt Psst Muss man so machen Können wir ja gleich ein bisschen sortieren Machen wir da oben das Essen rein, wa? Machen wir da oben das Essen rein Dann haben wir jetzt so ein bisschen Ja, das zählt ja eigentlich auch da runter Machen wir bei unten hin Das zählt auch da runter Für den Notfall Zucker Seeds Okay Huh, sorry Muss man ein bisschen gehen gerade Ähm Es bleiben nicht mehr viele Achievements So einfacher zumindest Wir können auch angeln Aber Das ist auch Bring den Meterwarzen Das müssen wir dann alles im Meter machen So auf den Innenkisten Äh, bau ein Starartisch Wir müssen den Emirator tauschen dann noch Guten Schneegole müssen wir bauen Platzierer ein Leuchtfeuer Ach, das mit dem Leuchtfeuer Wird ja natürlich dann auch lustig Ich finde ein Enderportal Und das Enderdracheneis Sammle das Enderdracheneis Das letzte Das wird aber auch heftig, Freunde Naja, gut Da haben wir uns auch was eingelassen, ne Okay Den Eisengolem Würde ich vorschlagen Bauen wir hier drinnen auf Später dann mal Wenn wir einen Kürbis haben Wir könnten ja mal mit dem Mit dem Pferd Könnten wir ja mal Ähm Was können wir denn Konter und Läuft Ähm Mit dem Pferd Könnten wir ja theoretisch mal So Ähm What the fuck Heilige Scheiße Was war das denn gerade Holy shit Ist das ein gutes Pferd Oh, das ist ein gutes Pferd Okay Äh Habe ich die Map dabei? Nein Super Aber das Pferd kriegt ja auch keinen Hunger Soweit ich weiß, ne Pferd Wir nehmen mal Noch ein paar Potatoes mit Und die Karte Und die Karte Zack Yeah Pferd Oh yeah Jump for me Äh Und mit dem Pferd Reiten wir jetzt mal ein bisschen Hier so lang Wir reiten Wir reiten nach Unten Okay, ich hoffe, das kann nicht mehr Was ist das denn? What the Scheiße Habe ich einen Zaun dabei? Ja Schon mal vorsorglich Weil ich weiß, dass du solche Schluchten liebst Pferd Okay What is Sie Ich will es eigentlich gar nicht wissen Ich will nicht weiter reiten Wir reiten noch weiter Pferd Komm wie es mir Abgerissen Weiter geht's In die Richtung Ey, so ist ja das Reisen viel angenehmer Ey Man kriegt keinen Hunger Und Ist viel schneller Und Boah Pferde Was ist denn hier passiert? Achso Junkfehler Ich wollte schon sagen Ja, jetzt reiten wir hier ein bisschen in die Richtung Ich reite auf meinem Pferd Durch die Prärie Wir hatten tagelang nichts zu essen Naja Und so weiter Ich würde einen Roman schreiben Auf jeden Fall Oh, sorry Pferd Jetzt haben wir was reingeraten hier Äh, wir müssen Oh Gott Da sind Kürbisse Wie geil Wie geil Alter Wie geil Ich hab Kürbisse gefunden Boah Geil Alter Geil Hammer Hammer Geil Geil Hammer Hammer Geil Ja Das bin ich Thrill Pay So Nein Ähm Da hinten sind ja noch mehr Kürbisse Weißt du Erst findet man 500.000 Meter keine Und dann Sind hier 500.000 Kühe By the way Und 500.000 Kürbisse Einfach mal so Ich müsste eigentlich alles mitnehmen Ich müsste auch alle Kühe schlachten Aber dann müsste mein Pferd zusehen Und es könnte ein schlechtes Licht auf mich werfen Egal Yolo Kühe Kommt her Ihr seid dazu geboren Um geschlachtet zu werden Von mir Vorzugsweise Ich schlachte am sanftesten Ich schlachte am sanftesten Das ist Voll der widersprüchliche Satz eigentlich Hm, naja Pferd steht da oben Chillt da ein bisschen Hey du bleibst hier Puh Du wirst sterben So oder so Wenn du jetzt noch rennst Wird es schlimmer No Alles meins Your flesh belongs to me So Äh Pferdschild da oben Immer noch Zack Äh Zehn Leder haben wir nochmal Es sollte ja dann auch so langsam irgendwann mal reichen Also Ich weiß ja nicht 15 Bücherregale sind schon heftig Vom Leder eigentlich her Ach Mein Rücken tut irgendwie weh Ach Ich bin alt So wir müssen Oh scheiße Das war nicht gut Wir müssen hier rüber Und Hier so lang Zurück Oh was ist das denn hier Wasserbecken mit Klee Ne Warte mal Das war Kies ne Kies drumherum Interessant Die sind kühl Die muss ich schlachten Oh ne Das kann ich mir Ich kann mir die Richtung nicht merken Wenn ich mir die Richtung nachher nicht merken kann Bin ich dann im Endeffekt voll am Arsch Weil Du findest dich immer zurück Okay Achso Ich hab mich aber schon zurückgefunden Okay Die einfachen Richtung Weiter Der Bäume Ihr werdet alle sterben Warte Wie weit das Pferd einfach weg läuft Naja Ich hol die schon wieder ein Pferd Pferd Mehr Wir gehen So darauf fahr ich doch einfach nur hinaus Ich wollte doch einfach nur Kürbisse Und damit auch Kürbissamen finden So Nein Scheiße Ganz toll Ganz Großes Kino Schaffen wir es da rüber Ja wir fallen einfach mal Ganz großes Kino Henry Das hast du super gemacht Das hast du super gemacht Ich bin stolz auf dich Alter droht das lange Okay Wir sind wieder da Ist nichts passiert Pferd ist auch nicht halb abgekratzt oder so Nein So wir sind doch fast Ah hier sind wir ja Okay Dann machen wir jetzt noch die Melonen zusammen Schnell Durch hier Fettes Pferd ey Alter Ich spawne auch jedes Mal hier draußen Nicht ehrlich Böser Adblock Pferd Bitte leine dich hier an Danke Ähm Und jetzt ein Pumpkin Und wir haben Pumpkin Seeds Damit Hätten wir ein weiteres Achievement Muss ich hier mal abhaken Äh Finde Kürbissamen X Speichern Gut Dann Würde ich jetzt sagen Oh wir haben ja auch Überlinge Ach Gottchen Bis zum nächsten Mal Leute Haut rein Äh Tschüss Bist 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 Bist